Hallo, ich bin Christina von biluka.de. Der Austausch mit meiner Community, wenn ich unterwegs bin, ist mir super wichtig. Ich nehme sie eigentlich mit auf jede Reise, die ich mache. An das Leben aus dem Koffer habe ich mich gewöhnt. Also speziell bei der Ernährung achte ich auf Nachhaltigkeit. Ich kaufe super gern Bio ein. Ich ernähre mich sehr bewusst und gesund. Für mich ist es eine große Anerkennung, dass ich so viel interagieren kann mit meiner Community, dass sie so viel wissen wollen, dass sie mir so viele Tipps geben. Wenn ich mal eine Frage habe, ist es wie ein Austausch mit Freunden. Vor allem am Abend vor dem Schlafengehen trinke ich super viel Tee. Am liebsten den Sleep & Dream Tee von Teekanne Organics. Er ist 100% Bio und schmeckt super nach Lavendel. Außerdem ist die Verpackung nachhaltig hergestellt. Für alle, die große Träume haben, Sleep & Dream von Teekanne Organics.